Aktuell gibt es ja immer wieder Bedenken hinsichtlich der Rente 2024, wo die größte Frage ja ist, ja muss ich jetzt damit rechnen, dass ich ab diesem Jahr weniger Rente bekomme, denn es stehen ja immer die Kürzungspläne von der Ampel hier im Raum. Wir wollen jetzt mal ein Update geben zur aktuellen Lage und vor allem auch, wie viel wahrscheinlich dieses Jahr hier an Rentenplus oder Minus entsteht, plus zu dem natürlich auch, was sich vor allem auch für Neurentner jetzt hier zum massiven Nachteil auswirken kann und vor allem, warum du doch überlegen solltest, hier vielleicht mal einen Steuerberater zu konsultieren. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, an der Stelle sind es immer wieder solche News, die hier die Runde machen, und zwar es geht um Rentenkürzungen wegen Ampelsparplan. Deutsche Rentenversicherung hat jetzt hierzu auch ein Statement abgegeben, denn es sind ja immer wieder die ein oder anderen Probleme hier aufgetaucht, primär deswegen, weil ja auch das Verfassungsgerichtsurteil hier, ja sag ich mal, der Ampelregierung mehr oder weniger einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Zum einen, ja ihr habt weniger Geld im Haushalt, zum anderen, ihr müsst eure Versprechen einhalten. Zumindest die mit Blick auf Klima. Und da war natürlich immer das Thema, dass ja auch relativ schnell aufkam, ja gibt es jetzt Rentenkürzungen, wird die Rente jetzt vielleicht nochmal weiter halbiert? Wir legen eh schon innerhalb der OECD-Staaten und Industrienationen hier im Schlusslichtbereich mit 48% des Durchschnittsnetto liegen wir hier, sag ich mal, sehr, sehr weit unten. Andere europäische Länder liegen ja hier mit 45 bis 80% relativ gut dabei. Aktuell ist es ja so, das muss man wissen, dass hier die deutsche Rentenversicherung ja immer bezuschusst wird. Und zwar an der Stelle ist es ein jährlicher Zuschuss jetzt hier laut einem offiziellen Entwurf von 112 Milliarden, der im Jahr 2024 hier für die gesetzliche Rentenversicherung eingeplant ist. Auch Wirtschaftsweisin Veronika Grimm gibt natürlich hier wieder ihren Kommentar dazu ab. Aber es gibt durchaus die ein oder andere kleinen Kürzungen, vor allem wie gesagt hier Kürzungen bei der Rente mit 63 oder der Mütterrente soll es hier in der Diskussion sein. Was bedeutet, hier könnte es natürlich in Zukunft weitere Einschränkungen geben, gerade Mütterrente bzw. die Frührente. Da gab es ja auch eine lustige SMS, die Andrea Nahles, ich glaube im Juli letzten Jahres war es, was sie an SPD-Kollegen geschrieben hat, kaum führen wir die Rente mit 63 ein, nutzt das jeder. Und ja, diese Überraschung war sehr groß, denn viele haben das Angebot der Frührente mit 63 hier genutzt. Was natürlich das Problem war, das hat sich alles im Arbeitsmarkt schon mal niedergeschlagen. Jetzt einmal zur aktuellen Lage und zu was man wissen muss. Die Rente ist hier per Gesetz geregelt, das heißt hier, dass es grundsätzlich einen Rechtsanspruch gibt. Die Zahlung, gesetzliche Leistung ist somit nicht von der aktuellen Haushaltslage abhängig. Auch die milliardenschweren Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt basieren auf gesetzlichen Bestimmungen. Hier sozusagen mal eine kleine Entwarnung. Sogar die jährliche Anpassung der Rente gibt es eine gesetzliche Regelung und überdies eine gesetzliche Schutzklausel, die sogenannte Rentengarantie. Diese bewirkt, dass die Renten selbst dann nicht sinken, wenn bei der Rentenanpassung zugrunde liegende Löhne und Gehälter gesunken sind. Und jetzt muss man natürlich hier sagen, okay, das ist schon mal eine sehr positive Meldung, dass es im Großen und Ganzen hier keine Anpassung für Rentner geben soll, zumindest nach unten hin. Das heißt nach aktuellem Stand sind zumindest für den Großteil der Bestandsrentner, ja hier sage ich mal die Rentenkürzungen vom Tisch. Weiterhin soll es auch sogar eine Rentenerhöhung geben und zwar an dieser Stelle ist aktuell hier im Entwurf geplant 3,5%. Das ist wie gesagt für 2024 nach aktuell ja schon neben Plus hier der letzten Jahre, was ja mit zu Buche geschlagen hat. Hier mit einmal Erhöhung hier im Westen mit 4,39 und 5,86 im Osten. Da mit dieser Anhebung der Rentenwert in den neuen Bundesländern jetzt mittlerweile auch auf das Westniveau angehoben wurde. Auf die muss man wirklich mittlerweile sagen mitgerigten 48%, wo ja selbst sogar, sage ich mal die OECD, also hier unter Industrienationen weltweit natürlich hier, sage ich mal, gesagt hat, liebe Leute, ihr müsst was machen, entweder später in Rente gehen oder euer System grundlegend ändern, denn so geht es nicht weiter. Jetzt gibt es aber weitere Punkte, die hier natürlich mit reinkommen, was einer Steuererhöhung schon gleicht. Ist natürlich für Versicherte des Jahrgangs 61, die kommenden Jahr 63 werden, liegt das reguläre Rentenalter hier bei 66,6 Monate, also sprich 66,5 Jahre, erklärt die DRV hier Ende 2023. Hintergrund ist natürlich, dass hier das, ja sage ich mal, Renteneinsatzalter schrittweise angehoben wird, auf hier die Rente mit 67, wo jetzt übrigens mittlerweile auch eine spätere Rente natürlich passiert. Was aber natürlich hier spannend ist, ist hier in dem Zusammenhang, dass vor allem hier die 0,3% je Monat relevant werden, aber hier unten in dem Artikel von der WA wird das nochmal ganz gut erklärt. Hier nämlich ist es zum Beispiel richtig Pech, hat aber eigentlich erster Jahrgang 1964. Nämlich alle Versicherten der Jahrgänge 1949 bis 1963 können noch vor ihrem 67. Geburtstag ohne Abschläge in Rente gehen, erklärt die Deutsche Rentenversicherung. Für alle, die 1964 oder später geboren sind, liegt das Renteneintrittsalter dann aber auch nach 35 Beitragsjahren bei 67. Das heißt, hier hat man jetzt schon mal hinten rum eine kleine, sage ich mal, Erhung natürlich durchgeführt in den letzten Jahren. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir wahrscheinlich hier eher früher als später sogar das Jahr 70 sehen werden und zwar auch ganz klar natürlich mit Blick darauf, dass es dann heißt, ja, wir müssen das hier anheben. Ich schätze, dass wir spätestens bei 2040 werden wir wahrscheinlich hier bei einem, ja sage ich mal, Renteneinsatzalter von 70 Jahren sein und ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich sogar vor allem in bestimmten Bereichen, hier sage ich mal, bis 2050, 2060, hier sogar bei 74 bis 75 liegen. Liegt hauptsächlich daran, dass es, sage ich mal, immer der Schlüssel zwischen Beitragszahler und natürlich hier Rentenempfänger sehr weit auseinander liegt. Jetzt gibt es noch ein weiteres Thema, das durchaus, ja, sage ich mal, diskussionswürdig ist, wo ja auch der Gesetzgeber nachbessern muss und zwar hat sich hier der Bund der Steuerzahler ja in einer aktuellen Klage hier, sage ich mal, schon wieder, ja, Rang und Namen gemacht und zwar geht es hier um die bisherige Regelung zur Versteuerung von Renten, diese müsse angepasst werden. Hier oben übrigens ist ein aus dem Dativ-Magazin, Aktenzeichen, hier 10R20-19 und 10R33-19 aus dem Mai 2021 geht es hier primär um das sogenannte Alterseinkünftegesetz, in dem ja damals, sage ich mal, die Besteuerung von Renten eingeführt worden ist. Sprich, da war es am Anfang ja so, früher, ganz früher waren ja Rentensteuer frei, das wurde dann 2005 dann geändert, dass hier eine 50-prozentige Besteuerung eingeführt wird, also ein 50-prozentiger Besteuerungsanteil eingeführt wurde. Dieser wird jetzt stückchenweise hier angehoben in den nächsten Jahren, bis er dann am Ende 2040 aktueller Stand planmäßig bei 100% liegt. Es wird aktuell diskutiert ja auch hier und beziehungsweise ist auch die Frage, ob es hier noch Nachanpassungen geben wird. Mit Blick auf einen späteren Eintritt, man überlegt dir das auf 2050 zu verlegen. Warum gibt es aber diese Doppelbesteuerung? Ganz einfach deswegen, weil du ja den Rentenabzug hier nicht in voller Höhe hast, also sprich, du zahlst heute Beiträge, hast an der Stelle natürlich nicht den vollen Rentenabzug gehabt, auch in der Vergangenheit. Jetzt musst du aber hier einen Teil deiner Rente versteuern. Das kann nach aktueller Rechtslage, wie gesagt, in einigen Fällen zu Problemen führen. Gerade, sag ich mal, zu den Fällen vor 2005, die Beiträge gezahlt haben. Die haben viel Geld eingezahlt, durften es steuerlich nicht gelten machen. Jetzt wurde es ja so angepasst, dass man teilweise das gelten machen kann, teilweise versteuern muss. Und das steigt immer weiter an. Und da muss man ganz klar sagen, dass hier auch das Verfassungsgericht und auch der BfH und ich glaube sogar auch der BGH da schon mal gefordert haben, dass es Anpassungen geben sollte. Da gab es ja schon mal eine kleine Steuerreform hier im Jahr 2022, die aber, sag ich mal, noch ausständig ist, bis dann die endgültige Anpassung hier stattfindet. Du willst in Zukunft keine News mehr zum Thema aktuelles Steuerrecht, Steuernews, Renten, Immobilien, sonstiges hier im Steuerrecht verpassen, dann abonnier Steuern mit Kopf.